2024 ist da und passend zum jahresauftakt gibt es natürlich auch wieder zahlreiche neuheiten in der welt der werbemittel ganz genau und auf unserer werbeartikelmesse im flughafen nürnberg am 25 januar haben sie die chance die trends und produktneuheiten für 2024 hautnah zu entdecken hier erwarten sie zahlreiche aussteller und marken aus verschiedenen branchen wie zum beispiel textil schreibgeräte elektronik taschen süßwaren und haushalt ja und darüber hinaus können sie von tollen sonderaktionen auf ausgewählten artikel profitieren die exklusiv auf der werbeartikelmesse erhältlich sind und außerdem nicht zu vergessen ganz neu in diesem jahr haben wir zwei keynote speaker mit dabei die ihnen in halbstündigen vorträgen die spannenden themen zum thema corporate influencer marketing und künstliche intelligenz näher bringen ja und wir wissen auch ein messetag ist lang und aufregend da ist eine gute stärkung zwischendrin wichtig deswegen ist natürlich für ihr wohlbefinden an unserem reichhaltigen mögen pick befehl bestens gesorgt wenn sie es noch nicht getan haben melden sie sich jetzt gerne noch kostenfrei an und freuen sie sich auf eine tolle networking gelegenheit mit partnern und kollegen in absoluter wohlfühl atmosphäre im flughafen nürnberg wir freuen uns auf sie am 25 januar und freuen uns die persönlich begrüßen zu dürfen bis bald tschüss